und 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 die scheiße ist aber nicht mehr so viel auspielen arbeit ich habe eine wurde auf facebook gewonnen das ist langweilig. Ich hatte diese Karte gestern schon, die ist scheiße. Mach mir mal Rüstung. Bitte. Halt's mal. Ich mach dir deine Mutter. Dakte vers Tiger. Äh, mal was muss ich geschrieben. Ich hab noch at all, nee, sorry, bin gay. So. Och, Mann. Ey, wieso sterben die hatte ich schon? Frag ich mich auch gerade. Hat jemand Blöcke für mich und werkt soll ich in der Mitte? Nein. Du wiederholst dich. Wollte ich jetzt mal aufpassen, weil ich hab gerade meinen Weg in der Mitte gebaut und du kommst gerade ganz viel Gold. Ja, juckt mich nicht, Julian. Juckt mich nicht. Das solltet ihr nur mit sagen, dass jetzt gleich eventuell Gegner zu dir kommen könnten. Ja, und wenn... Ich hab erst Level 2 Bogen. Ich schieß die runter. Ja, interessiert mich nicht, Julian. Interessiert mich nicht. Was? Was? Ja, Rüstung. Ja, warte, warte, warte. Ich muss nur einen Bogen holen. Ich will schießen. Wir dominieren jetzt die Mitte. Ah. Ja, ist ganz weiter angekommen. Ich dominiere die Mitte. Elektro-Tüte. Okay. Julian ist übergewichtig. Oh, nee. Warum bist du gestorben an der... Oh, leider. Voll ist es, Wende. Ach, da ist so eine Fotze. Hättet ihr mich runtergeschubst. Ja, mach die weg. Die ist hässlich. Ja. Geht doch. Bauen wir das Ding da weg. Ich brauch da durchgang. Ich hab keine Spitz. Oh. Ja, du spielst mit Hurensöhnen. Da muss man mit sowas rechnen. Oder sind wir eigentlich in der Mitte? Bombardierer. Nö. Ich hab keine Blöcke. Nicht. Komm zu uns. Ja, dann halt sie. Halt auf. Nee. Ich stehe auch in einer sehr ungünstigen Position. Tu was für dein Geld. Haha, guck mal. Wer hat seinen eigenen Teammate darunter gebaut? Ja, komm. Ach, den kriegst du. Nee, den kriegst du. Ach, Julian, Mensch, bist du schlecht, ey. Okay. Ich weiß. Halt die mal auf. Ich baue mir mal was Sachen zusammen. Okay. Blondie, Spitzhacke. Oh, das krieg ich jetzt schon wieder so einen Hurensohn. Hier habt ihr alle kein Leben, oder was? Ja, scheinbar. Wir kommen auf Gomme. Gestern hatte ich hier so eine gegnerische Mannschaft. Die hat einfach alles weggerutscht. Ah, da kommt der. Achtung, der kommt. Ja, komm, verpiss dich. Komm, deine Mutter ist farbig, ich weiß. Na, komm, ich reg ihn weg. Warum was kann man? Es war so klar. Es war so klar, dass du an dem stirbst, ne? Leute! Wollt ihr mich verarschen? Alter, wie schlecht seid ihr? Ihr? Ja, warum? Wie konnte das gerade passieren, hä? Ich meine, es ist ja nicht, so hätte ich dich nicht abgeschossen, aber... Eure Schuld. Eure Schuld. Einfach nur eure Schuld. Ja. Ich bin dann mal weg. Wobei, ich muss sagen, die Runden, wo ihr kein Bett habt, die gewinne ich meistens eh. Ja, dann mach mal. Boah, ich hab so Bock runter zu springen, ne? Ich geh jetzt in die Mitte, wenn ich sterbe, kannst du das mit mir aus machen. Aber erstmal recke ich den Geld. Pass auf, jetzt und? Oh nein, daneben und? Er ist nicht sehen, nicht mehr. Er ist weg. Ich kann einfach nicht mehr sehen. Ich bring euch ein bisschen Gold vorbei, ne? Danke. Wenn ich jetzt runterfallen würde, das wäre so bitter. Boah, ich hab nur ein Eisen, Alter. Boah, wer atmet da so stark? Möchtet ihr beide einen Bogen haben? Ja. Gerne. Ich glaube, wir müssen die sogenannte Führer-Taktik fahren und uns verbunkern. Ich hasse verbunkern eigentlich. Ja, aber wir haben keine andere Wahl, sonst fall zu viel Whisky. Weißt du, was wir machen? Wir müssen uns in den Weg gehen, die Mitte bauen. Ja, aber safe, ne? Safe Call. Ja, immer safe. Hallo? Hallo, wir bauen den Weg drei Blöcke breit. Oh, ja, noch ein bisschen schwuler, ey. Ja, das ist Taktik. Deine Mutter ist Taktik. Weißt du, je breiter, desto besser. Boah, nee, Alter. Die ist ja breit. Boah, ich hasse, dass mir das so passiert, ne? Ich hasse es einfach. Ich wette, irgendjemand von uns stirbt. Aufgrund eines bedauerlichen Fehlers. So was. Boah, ich habe das Bed-Craft-Hilfe gemacht. Sehr gut. Äh, nein. Äh, doch. Ähm, auf wen schießt ihr da? Oder wer schießt da auf, irgendwen? Ich schießt da auf so'n gelben. Ich treff, habe ihn einmal getroffen gesagt. Das ist der gelber, ich schieß ihn nicht. Hol ihn jetzt, warte, und? Holst du nicht. Kann man aufgrund keinen Bow Spam mehr machen. Ne, ich glaube nicht mehr. Ach, Mann. Was willst du auf die Entfernung Bow Spam? Keine Ahnung, irgendwann treff ich schon. Boah, hatte ich gestern auch wieder so'ne Runde. Das war richtig eklig. Stehst in der Mitte, hast tonnenweise Gold, kommst nicht weg, weil da so zwei gegnerische Teammates sind, die dich dann direkt töten wollen und du keinen Wett mehr hast. Ja, ich habe mit... Ohohoho, Nigga, Nigga, schon, Chef, wega. Auch irgendeine, äh, Brust-Planet-Level-2 liegt vor unserem Dorftyp, da. Naja, Level-2 habe ich schon, bräuchte man ein bisschen erschwert. Ach, ihr habt schon Level-2. Der Adolf in der Mitte, Elektro-Titte, Elektro-Titte. Also irgendwie verschwinden bei mir die Gegner mitten im Nichts. Ja, dann sind die Out-of-Out-of-Sichtweite. Aber ich habe schon 18 weiter. Ja, als Server gibt es ja maximal 16, glaube ich, oder maximal 14. Das ist ja schwul, ey. Tja, verdank dich bei der Minecraft-API. Ich habe 136 FPS. Ich habe 199. Ja gut, ein Unterschied zwischen Mac Mini und einem Stand-alone-Windows-PC, äh, naja, ne? Tja. Das ist schon 560. Gewisser Unterschied. Aha, ein gewisser. Ich habe keine Worte mehr. Sollte die Werte geben? Guck mal, nach der Werte. Äh, noch Fragen, die wir aufseit. Deine Mutter ist super aufbauen. Wissen die jetzt nicht mehr, dass wir hier sind, oder? Nach offen, die sich das nicht, dass wir hier noch irgendwie das Mitte zu Witte rausbauen, hier so irgendwie. Stimmt, boah, ich habe Minecraft noch nicht mal 1 GB Arbeitsspeicher zugewiesen und ich habe sogar 16. Sehr gut. Töp. Ach doch, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen Grün und da kommt Gelb hier. Doch, ich habe meine Render Distanz jetzt auf 18 erhöht, ich kann die jetzt sehen. Das sieht sie trotzdem nicht. Ich glaube, sie sieht ein Optif. Das sieht, glaube ich, ein Optif ein. Ich habe meine Render Distanz jetzt auf, äh, erhöht. Was wird das eigentlich? Wie sie einfach keiner trifft. Ja, ne? Ich habe auch einen getroffen. Komm, töten, der muss tot sein, der muss tot sein, der muss tot sein. Und der kann ich mehr für live haben. Richtiger Schornsteinfeger. Ich will mal Essen holen. Richtig eine Knoblauch-Krokant-Runde hier. Kannst du vorne defen? Ich gehe mal kurz das holen. Puh, ist ja keiner da. Oh, alles noch. Wir kommen noch wieder. Ich weiß. Boah, man, jetzt den 13er-Bogen, äh, das wäre geil. So richtig, richtig, richtig nice, weil das ist so richtig, richtig nice. Oh, es ist richtig ghetto nice. Schnell, alter. Oh, Team Rot wurde vernichtet, jetzt, äh, it's the final countdown. Oh, wir haben schon, wir haben schon eine Kiste, warum sagt mir das denn keiner? Hallo, lässt du das bitte? Sonst wird das Video noch gesperrt wegen Urheberrechtsverletzung. Das ist der final countdown, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. In dem Turm ist noch einmal gelb. Das war sogar der Tobi oder so. Ja. Deine Mutter schlingt nach Magie. So, erstmal Julian Melenwing, Hacking. Achtung, da oben, da oben, 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 bei gelb, links, links, links. Ja, 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 sehr gut. Sehr gut, totale Vergasung bitte, totale Vergasung bitte. Oha, er macht den Schornsteinfeger-Move. Hör doch mal auf, die abzuschießen, dann kann ich sie ja mal treffen. Hä, wieso? Sollten wir uns vielleicht irgendwie ein Dach bauen oder so? Ja, Vorschlag abdektiert. Da wird was tot. Ich kann mal kurz sehen. So, wir haben den sogenannten Dachdecker-Move gemacht. Da kommt nur einer, ne? Ja, ich hab ihn gesehen. Kommt von oben. Oh, in der Luft getroffen. Julian, über dir. Ja, ich geh da. Rückzug, Leute, Rückzug. Rückzug, weg, weg. Kommt zur Base, kommt zur Base zurück, schnell. Kreuz'n quer rennen einfach. Ja, aber doch nicht so. Doch, doch, doch. Oh, doch. Leute, ihr bewegt euch. Scheiße, wir sind viel besser equipped als wir. Ja, wir sind fast tot. Aufbauen, aufbauen, nein, die aufbauen ist auf. Schießen, einfach schießen, einfach schießen. Machen. Die sind fast tot, der eine hat, der eine hat mich dran gebrochen. Warte, warte. Geht ihr mal ein bisschen Kreuzfeuer schnell. Einfach schießen, einfach schießen, einfach schießen. Sorgt, dass die nicht herkommen. Haben wir so eine Sophia? Step deep. Wir holen mal so eine Sophia, schnell. Holen mal so eine Sophia, her. Ja, was macht ihr vorhaben. Da, 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 da. Ja, place, 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 weg, weg, weg. Wie er durch ist, wie das. Oh ja, lauf, lauf scharf, lauf. Lauf um dein Leben scharf. Lauf, schlampe, lauf. Einer ist weg, einer, 100% weg. Ach, jetzt schießen, schießen. Oh, der ist da. Hä, was macht der, da ist ja doof. Der ist runtergefallen. Hast du runtergefallen? Ja. Geil. Gut, das war jetzt taktisch dumm. Nee, taktisch schlau. Nee, weil der ist ja von alleine runtergefallen. Aber der geht jetzt natürlich mit und grabt sie erstmal Goal. Ja, kack, egal. Da hinten ist noch einer. Ah, fuck. Zwei, du. Au. Deckung. Gib mir, gib mir Rückenschutz. Alter, du hast ja ein Eisenschwert. Julian, mach den Sophia, move. Fuck, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss Deckung geben. Ich kann gar nichts tun. Ich habe den Eimer. Das machen sie aber nicht, totale Verbunkerung. Ich mach's so viel, gib mir mir Schutz hier. Kann ich nicht. Ja, gebt mir einfach dafür. Sorgt einfach dafür, dass ihr mich abschießen können. Wo ist denn der andere? Ach, da vorne. Da ist ja fast dumm. Ja. Ich weiß, spammt der so, weil deine Mutter eine Fotze ist, Alter. Ich muss noch einsperren. Die Fotze oder die Mutter? Beides. Okay. Der fällt nicht runter. Achtung, ganz oben, ganz oben, ganz oben, von ganz oben. Der fällt nicht runter. Hä, wo ist denn der? Achtung, Schafe. Au, fuck. Oh, fuck. Ich bin, glaube ich, fast zu gut gestorben. Rückzug, rückzug. Ah, oh, fuck, Alter, halbes Herz. Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Ja, ja, alles gut. Ja, ja, alles gut. Leben noch runter. Blonder Rückzug. Wir kommen ja nicht mehr raus, ne? Oben, 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 oben. Haben wir ihn getroffen? Oben. Oben. Ja, über uns. Über uns, ist der drauf. Ja, ja. Kommt hier rein. Kommt ins Haus, kommt ins Haus. Rein ins Haus rein, schnell. Ich hab ja nicht mehr so viel live. Au. Der ist irgendwas. Der ist einer. Ich hab ihn. Wir müssen jetzt hier drin stehen bleiben. Wir können nichts mehr machen. Ne, aber wir sind, da kommt der nächste. Wir sind ja ausgeliefert, Alter. Was für eine Scheiße. Blondie, wo bist du? Blondie ist tot. Doris. Ja, jetzt, wo er tot ist, fang ich an zu treffen, oder wie? Ah! Der steht da vor euch, ne? Nein, 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 er hat mehr. Oh, Jesus. Wellplayed. Alter, niger, niger, schau, 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 ey. Ich hol mal Heiltränke, ne? Ja. Ich geb den da hinten nochmal ein bisschen Crossfire. Ja, na ja, Julian. Ja? Deckung. Achso, also bist du. Habt ihr gegeben, der liegt da unten. Wo? Wo? Warte, ich hol ihn. Ich hab ihn. Warte, ich gebe dir sicheres Terrarium, äh, Terrarium, egal. Da. Sehr gut. Ich hab plan, warte, ich hab mal auf, ihr habt ne miese Idee. Wir holen uns mal von diesen lustigen Leilen, ihr welche? Was von da, ach, von diesen Streamings. Achtung, der ist da direkt. Deckung, 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 geh jetzt zurück. Warte, hier, ich hab ne, ich hab nen Plan. Meine Mutter ist so schwarz, das glaubst du nicht. Fuck, der ist da oben. Richtiger Schwersteinfall, ja. Ja, der braucht sich nur noch zwei Kommen, oder? Ja, er ist tot, er ist tot. Aber die spielen voll schlecht. Ha, ich wüsst'n, die muss easy rack'n, aber was tun's davon nicht, weil die's nicht können? Ah, fuck. Nein. Julian, nein! Sag doch, dass du hier verbrauchst. Okay, hab nen Halt dran, geht alles, alles wieder fresh. Nicht. Ah! Alter! Hä, von wo, von wo? Achtung, oben soll deine. Ach, da. Stell mich mal jetzt hier rein. Sag, sag, ob die da nicht runterfallen, wenn ich verarsche. Sag, ich muss die schon längst gewonnen haben, ohne Spaß. Ja. Ein Springer drüber, der hängt im Spinnennetz. Oben. Wo? Na, Julian, zieht ihn. Achtung, Julian. Was? Da ist einer. Ach, den sogenannten. Der ist hinter dir, ne, Julian? Ja, ich fall gleich runter. Ja, guck, ey. Ich hab dafür nicht gerecht. Der ist über dir. Macht eh keinen Sinn. Na komm, ein, ein Kill will ich noch haben. Ein Kill will ich noch haben. Kriegst du eh nicht hin? Oh, ich hab 422 Konz bekommen. Eeeh. Unterkontor. Wo? Habe ich lieber runtergesprungen, wenn ich Kammerpunkte bekommen. Der ist auch nicht blöd, ne? Der steht draußen, ne? Ja, ich weiß. Der baut ja grad durch, aber... Dadurch ist er das Nacht. Aha, aber die sterben auch noch. 100 Polen. Und Ende Gelände. Du bist im Ruf. Alter! So treff ich's, ne? Ist nix mehr mit meinen Schlägen. Nein. Nee. Ja, eindeutig.